Hier haben wir ein Jagdhund-Mischling. Sie haben ihn mir als Pointer angeboten, aber das ist sicher kein Pointer, sondern einfach ein normaler Wald- und Wiesen-Mix. Er ist ca. 10 Monate alt, wurde von Privat her abgegeben, ist ganz mager hier angekommen. Ein armes Hundekind muss noch kastriert werden. So ein feiner Pupp ist das. Ein armes Baby, der sich nicht auskennt. Schauen wir mal, was wir mit dir machen. So ein hübscher Pupp. Eine Familie aus Rieti hat ihn einfach rausgeschmissen. Sie wollten ihn nicht mehr und haben ihn wahrscheinlich halb vernommen lassen, bevor sie ihn hierher gebracht haben. Vielen Dank.